Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich habe mir wieder Brühe gemacht. Guck mal, eine ganz natürliche Brühe hier. Diesmal mit Karotten. Und ja, die Spülmaschine läuft auch. Ich freue mich auf mein Essen. Der 11. Tag. Heute ist der 1. März. Der 11. Tag ist jetzt vorbei. Und ich muss sagen, dass er gut dann gelaufen ist. Und ich habe gesündigt. Ich habe 2 Teelöffel Vollsoße genommen, die ich beim Mittagessen dann für die anderen gekocht habe. Ja, und das ist mir echt leid. Aber sowas passiert halt. Wie sagt man? Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und weitermachen. Ja, dann hatte ich noch heute ja meinen Bibelkreis. Der war super toll. Also die Gemeinschaft online. Die Gemeinschaft war klasse. Wir haben so viel gelacht auch miteinander und Spaß gehabt. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste, dass man auch wieder miteinander lacht, Humor hat und Spaß hat. Und ja, das war wirklich klasse. Das war wirklich schön. Also liebe Grüße an euch, gell? Ja. Danke fürs Einschalten. Und bis morgen. Ich habe meinen 3 Liter getrunken. Also das hat super geklappt. Und mal gucken, was morgen kommt. Weil ich ja gestern gesagt habe, boah, ich habe keine Lust mehr. Und heute sage ich ja gut. Der Tag ist gut gelaufen. Ja, mal schauen, wann ich fastenbreche. Bis dahin.